Ich möchte sprechen über die Art Edition, die ich mit Erisman zusammen machen durfte und über ein Bild, was mir besonders am Herzen liegt und das heißt Avec Plaisir. Das sagt man in Frankreich, wenn man denkt, ach das ist besonders schön, es macht mir besonders große Freude und dieses Bild macht mir große Freude. Es ist meine Erinnerung an Frankreich, es ist meine Erinnerung an Arol, an all diese wunderschönen Abende. Das sind eben diese Landscape, die etwas hinter den vielleicht Lavendelfeldern liegen. Ich mag, dass es etwas hat von einem alten Chateau, das ist sehr schön zu kombinieren mit modern. Das wird meine Tapete werden in meinem Schlafzimmer vor einem ganz modernen Bett, vor modernen Leuchten und ich freue mich so sehr, wenn ich sie bekommen kann, denn das zeigt eben die Verbindung zwischen Alt und Neu und Gestern und Heute und ich wünsche allen kunstaffinen Menschen viel Spaß mit Avec Plaisir.